Oh ja. Wuuu. War das knapp. Wie er sich daran aufgeilt, dass es knapp wird. Es war ein knapp. Aber eigentlich sind die Idee mit dem Portal schon ziemlich witzig. Also ich glaube, wenn ich das Spiel vor 10 Jahren gespielt hätte, hätte ich das einfach nur so hart gefeiert. Das kommt mir da schon wieder entgegen. Vor 10 Jahren? Weil jetzt ist das nämlich scheiß. Nein, aber... Es fehlt jetzt halt einfach. Man merkt deutlich, dass es ein iOS-Spiel ist. Genau, es geht dir nämlich auf die iOS. Ach, das hab ich schon mal gefragt. Äh... Mit blöden Witzen kann er nie aufhören, aber er kann sich ab und zu mal neuer ausdenken. Nein, 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 nein. Wo geht's lang weg? Geradeaus. Nein, was? Schon zu Ende? Schon zu Ende? Ist mir egal. Die sind wieder am Ende so... Verdammt. Gut gemacht, Sugar. Ja, das sehe ich auch so. Du machst gut, Sugar. Einen Intro haben wir noch nicht gemacht, oder? Das müssen wir als letzte Strecke machen. Haben wir. Egal. Wir können auch Double nochmal machen. Wir können auch einfach aufhören jetzt. Ja, aber in 2 Sekunden geht schon die nächste Strecke wieder los. Na, ich hasse es. Immer dieser Große. Aber das ist jetzt das letzte Rennen. Ich fühle mich schon seit einer Stunde dazu genötigt auf den Chat Einzug. Kannst du nach diesem Rennen... Nicht während der Videoaufnahme. Das ist mir doch egal. Nein. Ist mir nicht. Das ist mir nicht mehr wichtig dabei. Wir können uns ja darauf einigen, dass es jetzt... Schluss ist danach, oder? Einigen wir uns darauf, dass nach dem Rennen Schluss ist. Was? Ach, Mano. Na gut. Jetzt wird das zu lang. Je nachdem, wie definierst du denn Schluss? Schluss der Aufnahme. Schluss der Aufnahme. Ach du Scheiße. Ah Gott, oh Gott. Es soll noch länger gehen. Ja, solange du willst. Ja. Ey, warum seid denn ihr erst da vorne? Ich denke, ihr werdet viel weiter vorne. So Leute, am Ende des Jahres sind wir fertig mit dem Spiel? Mhm. Hallo, ist das Gaming Late Night? Nicht irgendwie... Wir machen schon Schluss, wenn Sandmännchen läuft. Das haben wir noch nicht mal angefangen. Ich lande mal aus dem Nasrall. Oh klar. Ich bin im Nasrall. Man weiß ja nicht, wann bei mir Sandmännchen läuft. Er lebt in einer anderen Zeitzone, muss man wissen. Mhm. Im Norden ist das nämlich nicht anders. Mir tut meinen Hintern weh. Vielen Dank für die Information. Ey Junge will ich... Dann steh auf und geh ein bisschen rumlaufen. Das funktioniert nicht drüber zocken. Dass du das einfach viel zu hart. Yes. Du bist. Ah Hü. Ah Hü. Der war daneben. Ja, ich weiß. Oh Gott war der schlicht. Ah, ich hasse dich. Ah, ich hasse dich. Ach, das ist doch gemein. Schwul. Vierter Platz. Vierter Platz. Nein. Gar nicht. Doch, doch. Das war schon gut so. Nice work baby. Traugige. Traugige. Warte. So ruhig auf einmal. Ja, mein Anus tut auch ring. Noch ne Runde oder hören wir jetzt wirklich? Ne, ich war Vierter. Das kann ich so nicht lassen. Wir spüren noch Devils Prayer. Ja. Nimmst du noch auf? Ja. Okay. Natürlich, wir nehmen alles auf. Leute. Ja. Ich stream schon wieder. Wir streamen weniger als bei der letzten GLN bis jetzt. Ist nur fünf Stunden. Wir müssen die erste GLN aber überhaupt treffen. Ne? Naja, Stunden und 15 Minuten. Und dann auch noch ein bisschen. Wording ins. Krieg. Wir spiel mit dem Krieg. Achso, ne. Das ist kein Mist. Dreht mich doch nicht immer in die... Spielst du dann nicht in mich? Oh, der Tag Morsche. Hier Molacken, ey. Ich kann nicht mehr mit spielen. Natürlich mit meinen Eltern. Also ich würde sie gerne noch mit spielen. Wir können ja morgen noch mal spielen oder so. Ja, weil ich... Ne, morgen bist du verhaftet. Von mir fehlt. Hör auf. Yes! Portal noch erwischt. Und noch ein Portal erwischt. Sehr gerne. Marcel, gehst du gleich aufhängen oder? Nicht zwangsläufig. Erstmal lege ich dir ne Mine an den Kofferraum. Du dummes. Drachenmuschel dreht sich. Ich freue mich und Lesser auch verkackt. Wie witzig. Wie geht das mit Lenn? Geht der gleich schon schlafen? Ey, was ist das denn für ein Kackspiel? Nein. Wir sind ja immer noch drei Leute im Screen. Aua. Wie ist denn Vierter? Aber mit drei Leuten sind die Missionen von Warface relativ schwierig. Ja, dann können wir ja noch irgendwas anderes machen. Wir können doch gerade noch Racing spielen. Können doch noch mal Sega spielen. Oh ja. Ja, da hätte ich Bock drauf. Sega ist geil. Jawoll, jetzt. Hashtag extra lange. Nein. Nein. Na meiner Screen. Hä? Yes. Alles irgendwie explodiert. Gedodged. Gedodged. Ja, jetzt hängt ja wieder die Dota auf die Sprache, dass er wieder rausfängt. Ja, klar. Und hier ist die Dota auf die Sprache. Dota, mir danke. Könnt ihr gerne machen. Ja, du bist ja eh nicht mehr da. Ja, zu Glück. Ich kann mal nicht anziehen. Weinen. Wie gesagt, das könnt ihr gerne machen. Das ist... Das war ja... Könnt ihr... Das war ja eine Anregung für euch. Das war eine gute Idee. Kannst du das auch sagen, ohne so einen blöden sarkastischen Umwand. Das ist meine Arzt, so rede ich nun mal. Ja, die... Die nervt einfach. Wie ich halt jetzt... Alter, jetzt holt er sich direkt vor mir das Ding in. Nassrede verdreißt. Nicht schubsen, nicht schubsen, nicht schubsen. Ich will ein anderes Portal, Mensch! Das wollen sie alle. Okay, ich hab dieses. Huiiii. Das war nicht schön. Nein, nicht schon wieder. Warum passiert sowas immer mir? Freil mich auch immer. Aua. Aua. Nein, da vorne ist ja schon das Ziel. Wo? Irgendwo da vorne. Bist du mich auch... Irgendwie chillig? Nein! Ja! Wie sie alle überholen! Wie sie alle auf einmal überholen! Fickt euch doch! Das haben wir mitleid mit dem Lenden, bis ich bemerke, alle schließen mich damit ein. Ja, ganz besonders du! Nein! Ihr seid doch scheiße! Die Eckformziele. Und Drachenwursche? Ja, noch ne Runde. Ey, das kann nicht sein, Leute! Ohne Spaß! Du bist so lange, bis ich mal erster werde, ganz einfach. Unsere Streams sind die geilsten. Habt ihr gehört? Ja. Mal gelesen? Danke. Peter. Vor allen Dingen... Ach ja. Jetzt werden dem Lenden wieder Daumen gefüllt. Ich finde aber nicht, dass der Drachenwursche gleich ins Bett geht. Er muss noch Warface die Missionen mitspielen. Sag's meinem, oder? Ja, mach ich. Gibst du uns die kurz im TS? Ich denke nicht. Sag dir, das ist wichtig und... Aber wenn du denen sagst, dass du damit dein Geld verdienst... Du musst dir nichts sagen. Wie wärst du damit? Spiel's einfach nur mit. Aber wenn du ihr sagst, dass du damit dein Geld verdienst, rechnen sich dann immer noch auf. Das wissen sie. Ja, aber dann kann ich dir ja nicht mehr sagen, jetzt musst du aufhören und lass, wo ich dir bleibe. Dann sagen sie, das ist dein Hobby, da ist... Kann dir ja scheißegal sein. Geld verdienen ist dein Hobby. Ist ein schönes Hobby. YouTube ist dein Hobby. Ist es ja auch. Ja klar, aber... Ich darf mir das. Da kriegen alle das Zuhörer. Ja, Indu. Du musst doch nicht unbedingt mitreden. Nein! Dann sag dir, du gibst ihm ein bisschen vom Gewinn ab oder so. Bestech. Vor allem, weil wir halt mit dem Stream kein Gewinn machen. Noch nicht. Noch nicht, ja. Also du machst mit dem Stream kein Gewinn. Du auch nicht. Ich verkaufe den Link. Das sind Rafflings. Was? Na, das ist was du sagst. Das ist was du sagst. Fann wird das eigentlich nicht übernommen? Alles hier mit Twitch und so von Google? Angeblich hab ich das schon gekauft. Wiss ich noch nicht. Ohne Witz, Mann, die haben es mir grad eben direkt vor der Fressern lief mir einfach... NEEIN! Ihr Schwuchteln! Du hast dritter? Ich war doch vor dem anderen. Ich war vor dem anderen im Ziel. Also mindestens 6 Stunden Puffzehn sollten wir streamen. Und jetzt, ich war vor dem anderen im Ziel. Ich war vor dem im Ziel. Nee, nee. Ja, jetzt aber nochmal hier into the depths. Das ist ja mit dir, geh doch mal nicht schlafen, ey. Nö, das will ich gewinnen. Deine Mutter kommt gleich und stich dich, ja? Du gewinnst bei Warface, ich verspreche es dir. Im Koop-Monus. Mhm, genau. Gegen die Buds? Ja. Aber wenn wir Koop machen, möchte ich auch die ganzen Nebenmissionen schaffen. Neifen, Headshirts. Aber bitte gemütlich. Wann denn morgen? Ne, morgen nehmt ihr doch mal anderes. Ja, das geht schon. Nicht morgen. Alter, bei mir eskalieren da draußen irgendwelche Leute. Vor der Tür. Wenn wir das wirklich morgen machen wollen, das haben wir aber nicht erst wieder... Hört doch mal auf mich zu schubsen, ey! Ich bin schon wieder runtergefallen. Wahnsinn! Wenn wir sagen morgen, dann wird das doch nicht so morgen wie bei Dead Island, oder? Also wirklich mitten in der Nacht morgen. Was finden das jetzt? Aber das waren die... Aber das waren die... Aber das waren die... Aber das waren die... Ja, damals. Als wir noch jüngen waren. Ah, Len, ich hasse dich. Du hast mich was untergehauen. Ich war damals noch jünger. Ja. Ich auch. Wir waren damals alle noch jünger. Und zwar genauso viel wie du. Nein, der Len war anders jünger. Sie war anders jünger, ja. Nein. Der war einer von Jesus-Anhängern, der war jünger. Sie war anders jünger? Len, ich hasse dich. Der Drachenbursche nicht. Ach, Len, jetzt bin ich hier irgendwo jetzt gefahren wegen dir. Ich sag mir schon einfach nie Geburtstag. Ist selber schuld. Botte. Der hat noch früh genug Geburtstag. Nein! Ich hasse dich, Len. Alter! Warum ich? Weil du mich davon reingehauen hast. Was wer sonst? Du hast mich gedreht und deswegen hab ich komplett verkackt. Das tut mir aber so leid. Er sollte es auch nicht. Du hast mich so oft gedreht. Du hast mich zweimal schon in die Lava gehauen. Er leidet dem Rennen. Gerechtigkeit umsiegt. Das ist jetzt voraus, dass es gerecht wäre. Wie es einfach knapp eine Sekunde gedauert hat, bis der Schuss bei dir ankam. Nein, so seh ich das auch. Das ist Gerechtigkeit. Was? Was war das jetzt? Das sah so gut aus. Das links daraus. Einmal ist einfach die Wand. Das war auf einmal so ein Lava-Strahl. Das war eine Wand, Mann. Bei mir war es ein Lava-Strahl. Scheiße. Ich hasse euch. Ich hasse euch. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Ritter. Ich hab dich halt einfach noch vor den Drachenburschen teleportiert. Mit so zwei Meter vor dem Ziel oder so. Und ich bin in das Teleport reingegangen. Immer das gleiche. Immer das gleiche. Oh, Land hoh waren wir noch nicht. Was? Nein. Das hatten wir schon. Nein. Wollen wir jetzt nicht gleich mal aufhören? Ja, letztes Rennen. Ich muss mal erster werden. Schwörst du? Das schaffst du eh nicht mehr. Dass ich erster werde. Nee, das kann ich nicht schwören. Das müssen wir eh nochmal upgraden. Sei ruhig. Ich lass dich gewinnen. Gut, Lesser bleibt stehen. Nee. Ich bleib stehen. Nee, das mach ich nicht. Aber ich hab bei dem Rennspiel ne bessere Bilanz. Der Drachenbursch auch stehen. Genau. Bilanz als bei Sega. Wir sollten nochmal Sega spielen heute. Könnt ihr gerne machen. Go, 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 go. Feier! Ich hasse euch. Ich hasse euch. Ja. Feier. Ich hab die Lenn16 noch mal abgeschossen. Ich bin wie der Letzte. Siehst du das? Nee, ich wurde nicht abgeschossen. Lesser portiert sich vor mich. Na, ist klar. Nein. Wie kann er denn mit denen erleben? Das ist jemand, der sich nicht gerne Freunde macht. L. Nein! Was kommt das jetzt für eine Aktion? Eine gute Definition. D. 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 Da, eskalieren bei mir vor der Tür so krass. D. 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 nach meinen Eltern. Ne, draußen auf der Straße. Jetzt geh doch mal schlafen. Mein Portal, Portal. Steht immer da, ich slow down, aber ich slow überhaupt nicht down. Alter, nein! Schieb mich nicht, Nazi! Was? Ich bin auch längst weg. Ich schiebe mich gar nichts. Schiebung! Oh oh, oh oh. Nein, nicht nach rechts, wann jetzt nicht nach rechts? Twitch ist einfach nur noch. Herr Drachenbursche schummelt sich mal ganz nach vorne. Das gilt sich nach vorne. Ja, ja, ja. Lai kein Schwachsinger. Was war das jetzt, Junge? Ja, ich hab mich in dieses Portal reingehämmert. Nur noch Dritter. Nur noch Dritter. Nein, Azrael, nein! Es ist so klar. Ich hab einfach so ein Item-Pech. Super ein Item-Pech. Ich war gut und die anderen kriegen einfach irgendwelche Items. Klar, du hast du das. Klar, du hast gut. Gammelt die ganze Leute hinten rum und dann das Item-Pech. Ja, ich schau's dir doch mal an. Ich war die ganze Zeit, ich war grad eben kurz vorher noch Erster. Ich hab den Beweis gehabt, ich war Erster. Sind wir fertig? Da ist, da ist, da ist eine richtig schöne Frage im Twitch-Chat. Downhill-Run. Downhill-Run. Echt? Möchtest du die vorlesen? Darf ich das? Eine nette Frage zum Abschluss. Eine Frage an euch vier. Würdet ihr eure Kanäle verkaufen? Nein, das ist kein Angebot. Aber grundsätzlich, würdet ihr ein Angebot, sagen wir, 1000 Euro für euren Kanal annehmen oder 10.000 Euro? Nein, 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 nein. Eindeutiges Nein. Wir sind, wir sind nicht, wir verkaufen unsere Kanäle nicht. Ich verkaufe vor allem den Namen nicht. Verkauf mich nicht. Wenn ich die verkaufen würde, würde ich den Namen vollenden. Das ist, das ist unser Herzblut, das ist, da haben wir Liebe reingesteckt. Da steckt so viel Zeit rein. Ich bin nicht feuerfest. Jetzt lasst es doch mal. Na, Drachenmusch auch nicht. Drachenmusch, du musst achten. Ihr dreht mich schon wieder um. Ihr dreht mich schon wieder um. Danke. So, verfisst du. Ich hab gar nichts gemacht. Da hast du erstmal Infusion am Rücken. Das ist toll. Eieieiei. Alles explodiert auf einmal. Standard eigentlich hier. Nein! Nein! Der ist auch gerade auch weggefallen. Das fand ich schön. Nein und noch eins hinterher. So viele Fails. So viele Fails auf einmal. Und schon wieder eins. Willst du mich verarschen? Hä, was kommt mal? Quacks kommt da angeflogen. Ein Land 16. Ja. Oh mein Gott. Das war gerade sehr witzig. Hallo Drachenbursche. Hi. Lass es doch mal nicht auf mich schießen. Nein. Das ist ungefähr. Ich schieß ja schon auf den Drachenburschen. Ja, ich merk's. Ja, das ist nett von dir. Nein, kein Feuer. Kein Feuer. Ach so, entschuldige. Ich hab's nicht verstanden. Was macht ihr davon eigentlich? Wir racen. Ich merk's. Also, wir fahren Rennen. Ich fall irgendwo rein. Ach, ich fahr gegen den Posten. Wenn wir cruisen. Wenn wir durch die City. Das klingt so motiviert. Wir sind die Cruisen. Nein. Wenn der Drachenburschen von den Klippen runterfällt. Kannst du die Cruisen? Nein. Nein, niemals. Doch, kann ich machen. No shit. Kein Schmarrn und nicht gelogen. Ach, das ist schon wieder ein verlorenes Rennen. Das ist das Traurige. Das glaubst aber auch nur du. Ja. Das ist jetzt das vierte Rennen im Vordergrund, was ich erst einmal habe. Leute, da ist was kaputt. Komm. Dammit! Das Spiel funktioniert nicht mehr. Ne, das funktioniert echt nicht mehr. Ich werd nicht mehr erster. Das ist das verloren alles hier. Du kannst es ja nochmal probieren. Ne, ich glaub das ist keine gute Idee. Ich glaube auch. Ist es ein Vogel? Ist es ein Flugzeug? Ist es ein Drachenbursche? Nein, es ist ein N16. Bastel Tower hatten wir aber echt noch nicht. Ich bin jetzt raus. Aber Bastel Tower hatten wir noch nicht. Dann hat es nie ein Ende. Bastel Tower hatten wir noch nicht. Was, er ist raus? Okay. Ja. Aber nur er. Das heißt... Drachenbursche ist immer noch nicht raus. Ich auch nicht. Ja, das hab ich gesehen. Aber... Ja, passe. Tower. Wir sollen den Drachenbursche mal gewinnen. Okay, wir bleiben einfach stehen. Sollen wir wirklich mal machen? Ja. Ja. Dann fährst du nicht mehr los. Das war der Scheiß. Das können wir lange machen glaube ich. Na komm jetzt fahren wir. Nein. Jetzt fahren wir halt richtig. Na gut, wenn du das unbedingt gewinnst. Wenn du unbedingt verdienen willst. Wenn du unbedingt verdienen willst. Wir haben dir angeboten, dass du gewinnst. Dann komme ich euch halt nochmal hinterher. Oh ne, bleib bloß weg. Ich hasse das Len. Das kannst du nicht verhindern. Ich hasse das Len. Ich hasse das Len. Bitte sehr. Jedes Mal das gleiche. Nein, nicht mehr das Portal erwischt. Verdammt. Und ich mache ein mega hart Crash. Mega hart. Ja, nicht nur ein bisschen hart, sondern richtig hart. Ja. Das ist wenn die Härte, die Härte schlägt. Oh krass. Jetzt wieder philosophisch. Wow. Nasseril ist auf einmal da. Ja, vor mir natürlich. Ja, wo sonst. Nasseril ist halt tot. Gut so. Nasseril ist ja stark. Das ist doch nicht fair. Das ist doch nicht fair. Das ist auch nicht fair. Der ist halt nachgejonged. Das ist auch nicht fair. Das ist so krank. Vor allem, dass es im Rennen halt geht. Naja, das ist halt die Sache mit dem Portal. Ich finde das voll gut. Es ist ja schlimm, dass der uns halt im Rennen dann trotzdem überholt. Ja. Das ist ein Portal Racer. Ja, das hat auch jemand schon geschrieben. Ach komm, dreht mich halt nicht um. Muss ich schon wieder Portal nehmen. Ärgerlich. Ärgerlich, ärgerlich. Ärgerlich, ärgerlich. Ärgerlich, ärgerlich. Den Strafenbursche nimmt noch nicht mal dein Portal. Warum nicht? An Stellen, wo keiner sie nehmen kann. Bin ich eigentlich schon okay. Wisst ihr Stellen, wo keiner sie nehmen kann? Nein, 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 nein. Ja. Was? Ja, ja. Was? Nein, das ist doch... Das war doch nicht richtig. Da war doch ein Portal vorher. Gecheatet. Da war doch vorher ein Portal. Cheater. Jetzt ist er nicht erster geworden, ne? Doch. Ach Kinder, ihr könnt auch gar nichts. Wup, wup. Das war's für heute. War nett mit euch. Oh mein Gott. Ja. Oh mein Gott. Leser, du kannst doch auch... Nein. Ja. War ne schöne Zeit. Hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Besonders das letzte Rennen. Ich sehe kein Scheiß. Na gut. Das war jetzt also das letzte Spiel der dritten Gaming Late Night. Vielen Dank fürs Zusehen. Hoffentlich seid ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und Nasrael verabschiedet sich. Joa. Mögen die Sterne dieses wunderbaren Spiels mit euch sein. Oder mein wunderschönes Auto. Brumm Brumm. Tschüss. Ciao. Tschau. Tschö. Servus. Au revoir. Merci. Beaucoup. Mahuba buba. Huba buba. Romage. Es ist Zeit. Zum Gehen. Ach man schon. Ne. Na dann. Servus. Wer hat an der Uhr gedreht. Wer hat an der Uhr gedreht. Glenn hat an der Uhr gedreht. Ja richtig. Ja jetzt ist echt Schluss. Ciao. Schon lange raus Kinder. Also abschalten. Schon lange raus. Es kommt nichts mehr. Vorbei. Abschalten. Ihr zieht das unnötig in die Länge, das wisst ihr, ne? Nö Ihr seid so klickgeil, so geldgeil, so YouTubegeil Ich nehm das nicht einmal auf Ich schon, ciao